Hallo, deutschschule.ch Podcast Niveau A1 Sich vorstellen Hallo, ich heisse Arti Suharto. Ich komme aus Indonesien. Hallo, ich heisse Juan Pablo Garcia. Ich komme aus Mexiko. Hallo, ich heisse Aishar Kariya. Ich komme aus Marokko. Hallo, ich heisse Ashabat. Ich komme aus Indien. Hallo, ich heisse Sophia Brown. Ich komme aus den USA. Hallo, ich heisse Long Wang. Ich komme aus China. Hallo, ich heisse Erik Olsen. Ich komme aus Schweden. Guten Tag, ich heisse Angela Haimundo. Ich komme aus Brasilien. Sich vorstellen Teil 2 Wie heissen Sie? Woher kommen Sie? Ich heisse Julia Monti. Ich komme aus Italien. Wie heissen Sie? Woher kommen Sie? Ich heisse Louis Marchaud. Ich komme aus Frankreich. Ich heisse Monika Müller. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Zürich. Ich spreche Deutsch. Ich heisse Francesca Gomini. Ich heisse Francesca Gomini. Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne in Lugano. Ich spreche Italienisch. Ich heisse Eric Laval. Ich komme aus Kanada. Ich wohne in Genf. Ich spreche Französisch. Buchstabieren Ö wie Österreich Ü wie Südafrika Ä wie Ägypten Sch wie Schweden Sch wie Schweden Schp wie Spanien Ei wie Schweiz I wie Griechenland Ch wie China Ch wie China Ch wie Chende Ch wie China I wie Schweiz, I wie Griechenland, H wie China, H wie Honduras, F wie Philippinen. I wie Deutschland. Die Abkürzung. Buchstabieren. USW ISBN BMW ZBSP ARD PLZ ETC WHO UNICEF Die Stadt, die Städte. Buchstabieren. P F Ä F F I K O N C H U R D A V O S S L A U S A N N E V V I N T E R T H U R T F U B E N T U B R F H H H H H T L L-V-A-R-E-Z Ach so, Alvarez. Und ich heisse Absko-Kivuva. Wie? Buchstabieren Sie bitte. Ich heisse A-B-S-K-O K-I-V-U-V-A Woher kommen Sie? Ich komme aus Kenia. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Welche Sprache sprechen Sie in Kenia? Kenianisch Sprechen Sie Portugiesisch? Nein, ich spreche nicht Portugiesisch. Ich spreche Spanisch. Ich wohne hier in Zürich. Wo wohnen Sie? Ich auch. Ich wohne in Örlikon. Wo? Örlikon Hallo, Deutschschule.ch Neu im Deutschkurs? Ja, heute ist meine erste Deutschstunde. Woher kommen Sie? Ich komme aus den USA. Und Sie? Kommen Sie aus Kroatien? Nein, ich komme nicht aus Kroatien. Ich komme aus Polen. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Aber meine Muttersprache ist Polnisch. Ich wohne hier in Zürich. Wo wohnen Sie? Ich wohne auch in Zürich. Hallo, Deutschschule.ch E-Mail-Adresse buchstabieren Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist eicher-at-yahoo-punkt-com Wie? A-Y-S-E-R Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist angelhaimundo-at-gmail-punkt-com Buchstabieren Sie bitte. A-N-G-E-L-R-A-Y-M-U-N-D-O-at-gmail-punkt-com Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse ist longva-at-gmx-punkt-ch Entschuldigung, wiederholen Sie bitte. L-O-N-G-W-A-at-gmx-punkt-ch Hallo, Deutschschule.ch Podcast Niveau A1 Formelle und informelle Dialogen Dialog 1 Formeller Dialog Au, ah, au Guten Tag Wie heissen Sie? Grüezi Ich heisse Peter Müller Woher kommen Sie? Ich komme aus Südafrika Wo wohnen Sie? Ich wohne in Johannesburg Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Afrikaans Wie geht es Ihnen? Mir geht es nicht so gut Dialog 2 Informeller Dialog Hallo, wie heisst du? Ich heisse Manfred Und du? Ich heisse Petra Woher kommst du? Ich komme aus England Wo wohnst du? Ich wohne in Basel Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Englisch Und? Wie geht es dir? Mir geht es fantastisch Und dir? Dialog 3 Auf dem Basketballplatz Hey, hallo Ich heisse Steffi Wie heisst du? Ich heisse Andrew Freut mich Du, wir machen jetzt dann ein Spiel Möchtest du auch mitspielen? Klar, super Sehr gut Du spielst mit mir Woher kommst du, Andrew? Ich komme aus Kanada Dialog 4 Büro Kaffeepause Grüezi Mein Name ist Doris Hegner Wie heissen Sie? Ich heisse Emanuel Jakande Freut mich Herr Jakande Woher kommen Sie? Ich komme aus Nigeria Ah, Nigeria Ein sehr schönes Land Wohnen Sie hier in der Schweiz? Ja Ich wohne seit zwei Jahren in der Schweiz Und Gefällt es Ihnen hier? Ja Mir gefällt es sehr gut hier Dialog 5 Informeller Dialog Im Zug Hallo Entschuldigung Ich finde dich sehr hübsch Wie heisst du? Ich heisse Luis Hallo Luis Ich heisse Anna Woher kommst du, Luis? Ich komme aus Portugal Oh, Portugal Oh, Portugal Wow Wohnst du hier in Zürich? Ja Ich wohne in Zürich Und hast du eine Freundin? Nein Ich habe keine Freundin Oh Wie ist deine Telefonnummer? Dialog 6 Formeller Dialog Im Supermarkt Grüezi Grüezi Wie geht es Ihnen? Gut, danke Und Ihnen? Es geht, danke Wissen Sie Ich bin ja nicht mehr so gut zu Fuss Und ich wohne ja auch nicht gerade in der Nähe Ach so Wo wohnen Sie denn? In Affoltan Oh, ja Das ist wirklich nicht in der Nähe Ja, ja Aber Sie Wissen Sie, wie viel diese Äpfel kosten? Dialog 7 Informeller Dialog In der Fabrik Hallo Ich bin Martina Wie heisst du? Hallo Ich heisse Toni Hallo Toni Freut mich Bist du der neue Mechaniker? Ja Ich bin seit gestern hier Das wurde aber auch Zeit Die Maschine ist schon seit zwei Monaten kaputt Woher kommst du denn, Toni? Ich komme aus Österreich Ah, ein Österreicher Aber wohnst du in der Schweiz? Ja, meine Frau ist Schweizerin Ich wohne jetzt seit fünf Jahren schon in der Schweiz Aha Ja, super Herzlich willkommen bei uns Kommst du auch gleich in die Pause? Hallo Deutschschule Punkt ch Podcast Niveau A1 Dialog 1 Wie ist deine Telefonnummer? Du Andreas Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 076 294 58 12 Hey, Stefanie Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 043 569 1782 Du Monika, wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 044 921 57 68 Dialog 2 Freizeit Die richtige Telefonnummer Du, Elvira Hast du die Nummer vom Hotel Florida in Lugano? Ja, die habe ich Warte mal Hotel Florida Ah ja, hier Das ist 091 923 8728 Dialog 3 Telefonbeantworter Hier ist der automatische Telefonbeantworter von Dr. Marthaler Leider ist die Praxis heute geschlossen Sie erreichen uns ab morgen wieder unter der Nummer 044 328 27 53 Dialog 4 Am Telefon Guten Tag Ich möchte gern mit Frau Anna Mettler sprechen Oh, Frau Mettler ist heute leider ausser Haus Ich kann Ihnen aber die Telefonnummer geben Oh ja, gerne Also, die Nummer von Frau Mettler ist 078 231 01 47 Dialog 1 Gib deine persönlichen Daten an Formell Guten Tag Wie ist Ihr Vorname? Ich heisse Pheromine Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte F E-R-O-M-I-N-E Danke Wie ist Ihr Nachname? Emana E-M-A-N-A Ja, richtig Wie ist Ihre Adresse? Deutschstrasse 9 Deutschstrasse 9? Ja, genau Was ist Ihr Wohnort? Wo wohnen Sie? Mein Wohnort ist Luzern Ich wohne in Luzern Was ist Ihre Herkunft? Woher kommen Sie? Ich komme aus Kamerun Was ist Ihre Muttersprache? Meine Muttersprache ist Französisch Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 041-375-2893 Dialog 2 Informell Hallo, wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist Magnus M-A-G-N-U-S Ja, richtig Und wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Nilsson Das schreibt man N-I-L-S-S-O-N Danke Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Abendstrasse 3 Abendstrasse 3? Ja, genau Hier in Zürich Ja, ich wohne in Zürich Was ist deine Herkunft? Woher kommst du? Ich komme aus Norwegen Und was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Norwegisch Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 076-698-2341 M-A-G-N-S